Wir sind's, Steffen Lukas und Uli Müller von Radio PSR. Wir sind gerade ein bisschen durch den Wind, weil wir sind hier in der Grundschule Benevitz und was es hier gibt, habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Eine kleine, nee, Quatsch, eine große Küche für kleine Menschen. Man sieht das hier hervorragend. Ganz, ganz viele Grundschüler in Benevitz stehen hier, kochen sich den Wolf und dem Uli einen Hühnerschnitzel. Das geht da drüben los in der Mantsch-Abteilung, da kann man ja mal hingehen. So sehen echte Schnitzelfinger aus. So müssen sie auch aussehen, weil die werden hier frisch paniert. Dann kommen sie hier ins heiße Fett. Das machst du ordentlich, das machst du gut. Das wird bestimmt sehr gut schmecken. Da kriegen wir auch wirklich alle was, weil die haben ordentlich vorgelegt. So, hier ist die Salatabteilung. Da wird auch der Dill geschnitten. Die wird sich nicht in die Finger geschnitten. Und da vorne werden extra aus Kartoffeln selber gemachte Pommes bereitet. Also das ist echt der absolute Hammer. Mit dem Messer von Hand geschält, von Hand klein geschnitten, macht keine Verletzungen. Guckt euch das bitte mal an. Hier. Wahnsinn, wahnsinnig. So eine kleine zärtlich zubereitete Pommes. Und dann sieht es so aus im Live. Wahnsinn. Wahnsinn.